Wiesnhof-Expertentipp Willkommen zum Wiesnhof-Expertentipp. Heute präsentiere ich euch den 24. Spieltag. Die erste Partie wäre Köln gegen Bochum. Ich tippe auf Köln. 2-0 zu Hause gegen Bochum. Nächste Partie Frankfurt gegen Stuttgart. Frankfurt zu Hause, sehr starke Mannschaft. Stuttgart jetzt auch verloren, würde ich sagen. Frankfurt gewinnt. 3-1 Kommen wir zur nächsten Partie. Bayern München gegen Augsburg. Ich denke, das wird ein klares Spiel. 4-0 Nächste Partie Derby Schalke gegen Dortmund. Immer ein Spiel für sich, würde ich sagen. Dortmund ist eine wenig bessere Mannschaft. Wir wollen vielleicht etwas gut machen. Champions League gerade ausgeschieden. Ich würde sagen. Dortmund gewinnt knapp. Auf Schalke. Nächstes Spiel Hertha BSC gegen Mainz. Zu Hause in Berlin. 2-2 Nächste Spiel Leipzig gegen Gladbach. Beides eigentlich gute Mannschaften. Ich sage, Leipzig gewinnt. 3-2 Ja. Drittletztes Spiel Freiburg gegen Hoffenheim. In Freiburg. Hoffenheim auswärts. Ich glaube, da drücke ich maximal die Daumen. Die machen das. 2-1 Ja. Danach haben wir Wolfsburg gegen Union Berlin. Würde ich schätzen. 1-1 Und letztes Spiel. Unser Spiel natürlich wäre der Bremen gegen Leverkusen. Denke ich, dass wir das machen. Zu Hause. Leverkusen auch offensiv stark. Sage ich. 2-1 Und Ja, das war mein Experten-Tipp. Und jetzt seid ihr dran.